Kommen wir aus Kamp-Linkfort, das ist im Kreis Wesel, in der Nähe von Duisburg. Super, endlich Schnee. Die Kinder sind in der Schulschule und wir haben jetzt zwei Stunden Pause. Also wir fahren selber Ski, aber heute jetzt nicht, weil wir hatten nicht mit Schnee gerechnet. Die Skier sind zu Hause in der Garage. Wir sind auf dem Campingplatz hier vorne und sind vorhin mit den Kindern auf die Piste gegangen, weil die wollten gerne mal ausprobieren, wie man Ski fährt und da lief plötzlich der Luft. Lief 1a. Könnte ein bisschen mehr Schnee liegen, weil es durch viel Rasen ist, aber es läuft. Nein, wir wollen gleich die Skischule hier besuchen. Wir warten, dass es gleich losgeht. Ja gut, dafür, dass wir in Niederrhein gar keinen Schnee haben, ist das hier ja schon in Ordnung. Das passt genau zu unserem Urlaubstermin jetzt. Ja, das ist super. Hannover. Hannover und Kassel. Super. Wunderbar. Eine super Überraschung. Ab 13 Uhr. Ab 13 Uhr. Das Nachmittagsticket wartet.